Oh fuck, die Vögel-Nassen wieder. Okay Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und bevor das Video beginnt, ist ja jetzt der fünfte Part von The Forest. Es wird kein langer Part von The Forest, denn ich habe nicht mehr aufgenommen. Das heißt, ich muss erstmal wieder was aufnehmen. Und ich bin jetzt nächste Woche erstmal auf Klassenfahrt, fünf Tage. Das heißt, es werden auch keine Videos kommen. Hey, das heißt, dieses Video wird heute kommen am Sonntag. Und vielleicht schaffe ich es noch, ein Video zu machen für, weiß nicht, Mittwoch oder so. Und ja, das war es eigentlich so. Außerdem wollte ich ein paar Videos noch machen, aber ich hatte irgendwie die letzten paar Tage wirklich Halsschmerzen richtig heftig. Habe zwar trotzdem noch gequatscht und so, aber mir ging es halt irgendwie scheiße. Hattte ich keinen Bock, Videos zu schneiden. Ja, da habe ich erstmal lieber meine Zeit vergoldet mit Fortnite spielen. Und auszurasten, auf meinen Tisch zu schlagen. Jo, das war es eigentlich so und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Part The Forest. LOL. Ach, das war hier mit dem ganz vielen Sprengstoff. Alter. Ach du Kacke. Ah. Ich habe die moderne Achse. Putz. Ähm, ja. I see the Seil. Ja. Ja. I see the Seil. Was? Du übersteuerst halt einfach, aber so brrbrrbrr. Okay, wir sind da. Wir müssen zu meinem Haus, du siehst doch da das Zeichen. Komm. Nein, ich ertrink fast. Komm, Lenny. Ich verdurste. Ich ertrink fast. Also ertrinken und verdursten ist nicht das gleiche, Lenny. Das eine ist ein bisschen zu viel, das andere ein bisschen zu wenig. Äh, nö. Warte, ich gebe es hier noch was. Oh, Kleidung, Alter. Geil, Mann. Geil. Bullshit Guerrera. Wir müssen zu unserem Haus. Haus. Klammern. Haus. Es ist ein Zuhause für mich, Lenny. Er stöhnt, wenn ich schlage. Er stöhnt immer, wenn ich schlage. Ja. Wenn ich ihn schlage. Vielleicht findet er es ja geil. Aber hier ist eine Klippe, ich kann sie nicht sehen, weil ich außerdem vergessen habe, die Lampe anzumachen. Dann brauchst du das vergessen. Es wird Tag. Das heißt, du hast es verloren. Was hast verloren? Dein Gehirn. Was denn, Lenny? Dein Gehirn. Lenny, sag mir doch, was hast verloren. Dein Gehirn. Mein Gehör. Lenny, was habe ich denn verloren? Gehör. Lenny, habe ich mein Gehör verloren? Hallo? Ja. Hallo. Ja, hier ist ein Tiki-Dorps, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, oh, guck mal. Ey, Tim, guck mal, der will es Tiki machen. Dann guck mal. Hä? Der will ein Selfie machen. Lois, das ist einfach ein Selfie-Stab. Selfie-Stick, immer. Selfie-Stick. Alter. Oh, ich nehme es mal. Oh, scheiße. Junge, ich will auch so ein Selfie-Stick haben. Kann man den kaufen? Nein, ne. Kann man den bei Tiki-Shops.de kaufen? Kaufen Sie jetzt einen Selfie-Stick bei Tiki-Shops.de. Kaufen Sie einen Selfie-Stick für 1,99 Dollar von Swish oder einen von Supreme für 1.000 Dollar. Kaufen Sie jetzt Beste-Qualität, Tiki-Shops.de, ja, ja. Oh, Mann, ich bin sowas von durch. Jetzt. Supreme Tiki, keine Ahnung. Supreme, äh, Supreme Tiki Selfie-Stick. Ja, genau, genau, äh, 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 äh. Genau. Und dann gönne ich mir jetzt noch mal nichts. Ich mache einfach das Lager vorher an, weil ich dumm bin. Und ich kann es halt einfach. Mann, ich komme nicht hoch. Aha. Dass du kein Hoch bekommst, wusste ich. Okay, Danny, witzig. Au, hast du mich gerade geschlagen? Danny, das tut, das tut, das tötet Menschen. Oh, ich, oh, 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 das, das wusste ich nicht. Bei dir hört es sich an, als wenn du gerade in so einem Zug sitzt. Guck mal. Warum hat die Maschine neben dir aus? Das hört sich an wie ein Staubsauger. Das ist für... Oh, das ist dieses Ding, woran war. Da mehlte einer Rasen und... ...bohrtne mit einer Bohrmaschine, Alter. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Dann bleib mal stehen. Warte, ich hab was Besseres. Oh ja. Oh. Oh, Annen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. die 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 ich glaube das war es dann mal wieder das ist aus dem Laser Schwert ziun oh mein mann headset... okay ich würde sagen das war es dann ne yo schädel 3, 2, 1, let it go